Es geht wieder los, Quiz-Taxi ist angesagt. Kommen wir zur ersten Frage, ist relativ einfach. Wer hat die kleinste Schuhgröße in der Mannschaft? Also ich habe so 40, 40,5. Koller ist es nicht. Jan Koller, der hat mir 62 gefühlt. Konzo Shinji mit Marco? Marco könnte auch sein, ja. Gefühlt Rafa oder Shinji? Christian, aber gefühlt ist dann Christian schon wieder groß im Vergleich zu Shinji. Shinji hat große Füße. Wir haben gerade noch über seine ekligen Füße geredet. Wir müssen ein Foto von Shinji's Füßen machen, unbedingt. Erik. Boah, was sind die beiden schlecht. Ich kriege ja oft Schuhe von den Jungs. Ich muss nicht das wissen. Nee, Gonzo hat auch so, ich glaube, 41 hat er. Der ist ja wie, er wird Millionär. Da kommt Günter Jochen und er will, dass wir gewinnen. Der will ich ja gar nicht. Na, Marco. Ja? Nee, Gonzo. Lass uns Gonzo sagen. Was denn du? Ja, Gonzo. Geht ja schon gut los. Das ist eine Katastrophe. Noch nicht einmal ist der Name gefallen. Gonzo. Marco. 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 Richtig. Dann müssten wir Marco sagen. Und Marco ist richtig! Jaaaa! Marco. Richtig! Marco! Hey! Das war aber knapp. Geht das schon gut los? Ich nehme mich. Ich nehme mich und mich ist richtig! 1-0! Wir haben schon gewonnen, ey! Eine Frage. Bis jetzt gibt es einen Strauß Blumen. Wer die kleinste Distanz von seinem Wohnort bis in das schönste Stadion der Welt? In den Signal Iduna Park? Von seinem Wohnort? Von seinem Wohnort! Boah! Boah! Ich weiß auch nicht, wo alle wohnen. Ich laufe zum Stadion, zur Pobus. Du läufst aber auch im Spiel zu mir viel. Das laufe ich auch. Aber das laufe ich in 20 Minuten. Wer wohnt in einer Stadt mit Levin? Beispielsweise Phönixsee wäre viel weiter. Oder Dortmunder Süden. Nevin wohnt in der Stadt, ne? Ah, so langsam kommen wir in der Sache näher. Nevin. Nevin? Das bin ich. Ist das okay, wenn er das? Absolut. Ich bin's nicht. Was? Nevin. Richtig! Richtig! Drei. Zwei. 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 Eins. Null. Wer? Nevin. Ist richtig! Das ist richtig! Ja, 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 ja. Wer wurde im kleinsten Land geboren, die im Kader sind? Gemessen an der Einwohnerzahl. In welchem Land? Ich kugel mal eben. Also, ich weiß nicht, wie viel Gabon hat. Aber wird auch wenige Millionen haben. Schürze ich mal. Karbon. Mo? Ne. Stimmt. Mo. Jayden. England, ey. Oder ist der... Ey, Jakob! Du weißt doch sonst immer alles. Jakob? Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Bankreich. Portugal. Portugal auch groß, oder? Ukraine haben wir noch. Ukraine hat schon. Das ist schon ein großer, größerer Staat. Irgendwas hätten wir dann noch. Dänemark, Schweden. Alles groß. Alles groß. Drei. Zwei. Eins. Wer ist es? Ich würde Auber sagen. Wen? Auber. Die kleinste Brosse, ne? Mhm. Jakob Bohnen. Nein, nein. Dänemark hat auch mehr Einwohner. Ich würde zwischen Gabon und Bosnien das sagen. Dann würden wir Auber sagen. Er ist in Frankreich geboren. Gabon. Er ist Gabuner. Er ist nicht in Gabun geboren. Das ist jetzt so eine technische... Und die Antwort ist... Portugal. Falsch. Dänemark. Nein. Ja, okay. Was denn? Ja, mach. Richtig. Ja. Zwei Punkte. Nuri war die ganze Zeit... Das ist stark. Ja, Nuri, du bist da einfach auch ein Erfolg. Das ist nun mal so.